Der Krebs hat ihren Körper verändert. Man liebt seine Brüste ja. Doch sie haben ihn wieder lieben gelernt. Ich bin ja hier, weil ich was zeigen möchte, dass ich so wie ich bin, egal mit welcher Vergangenheit. Ich mich auch schön fühlen darf. Ich bin schön. Leben mit Krebs. Am Montag um 22.15 Uhr in Sat.1.